UNTERTITELUNG Und hier wiederum ein Befehl, ein Befehl ist, und wir gehen an die erste Reihe. Der Befehl ist bei seinem Kampf absoluter Glück. Der Befehl ist bei seinem Kampf. Der Befehl ist bei seinem Kampf. Er ist bei seinem Kampf. Er ist bei seinem Kampf. Du bist doch hier. Krissi! Davo! He, he! Ja, sie ist der Kumpel. Ich bin Christoph! Ich bin Christoph! Ich bin Christoph! Ich bin Christoph! Du bist und Christoph! Ach, Gott. So werden wir ein bisschen mehr. Anje! Gretel! Gretchen! Das ist der Schmerz. Das ist der Schmerz! Die Schmerz. Ich bin nicht nur. Nein, ich bin nicht nur. Nein, 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 nein! Die Handwerker, Sie sind in Kaffee reserviert worden. Oh Gott! Komm her, Ruhe! Felgen Sie! Komm, Sie sind in den Kaffee. Komm, wir haben den Kaffee. Komm, Sie waren in den Kaffee. Und was, dann? Wir haben den Kaffee. Riesi! Auf die Hör! Frau der franzischen Gäste, eine Einwohnerin der Partie-Präsler, für das Recht und Revoir! Hallo! Und die Gäste! Komm her! Zu Afrika! Sehr herzlich! Riesi! Wir müssen ein bisschen... Wir müssen ein bisschen... Wir müssen ein bisschen... Die haben sich die Schuhe aus dem Bad gewinnen. Komm her! Ich muss das nutzen! Ich muss das nutzen! Schauen wir nach Bord! Schauen wir nach Bord! Schauen wir nach Bord! Schauen wir nach Bord! Ich bin so, weh? Ich bin so, weh? Ich bin so, weh? So, Ende der Kürze der Runde! Christik! 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 Oh! Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja, Ressie! Die Segen will die Körs. Ja! Ressie! Ressie, den Sieg. Ja, jetzt geht's nicht. Ja, jetzt geht's nicht so. Herr, mal bitte... Ressie! Schuss! Grüß dich! Grüß dich! Grüß dich, weiter! Grüß dich! Die Göwe steppet er gar nicht! Los die Horde ab! Schifff! 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 Das war's. Police, police, police! police stop! Police, cops! I Ja, 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 ja! Ich danke Ihnen für das gute Fettbewerb aus Kanada. Bravo! Bravo! Ich danke Ihnen für das gute Fettbewerb aus Kanada. Bravo!